Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem Odin-Wa-Shoppen Baby XXL oder Baby Haul oder sagen sie alle aber Haul oder so. Bei mir ist das Odin-Wa-Shoppen. Und ich habe hier einen Haufen Baby-Zeug, was wir geholt haben. Ja und weil ihr gesagt habt, bitte auch zeigen, habe ich gedacht, machen wir dazu dann auch mal ein Video. Wir haben, also wo denn halt die Bilder reinkommen von unserem Kind. Das Aldi? Normal Aldi oder? Normal Aldi für? Drei Euro noch was. Drei Euro noch was? Kann ich euch mal zeigen, die sind auch so verziert. Und auch die Kleben sind so verziert. Sind halt drei Größen. Leg mal hier rüber. Was ist denn das? Das ist der Wickelaufsatz für die Wickelkommode. Ist aber noch nicht zusammengebunden. Das ist ein Wickelaufsatz. Haben wir bei Amazon geholt. Der ist für die Kommode Hemmnis von Ikea. Also der ist noch nicht aufgebaut. Der ist jetzt hier in Einzelstücken. Und wenn es fertig ist, soll es dann halt so aussehen. Warte mal, wo ist denn das fertig? Also hier. So soll es dann fertig aussehen, wo mein Daumen ist. Und später auf Hemmnis kommt es dann halt so ruf. Sodass es dann so ein bisschen übersteht. Ist das auch weiß? Ist auch weiß. Weil Hemmnis ist weiß. Ist Hemmnis immer weiß? Ja. Okay. So, dann haben wir dafür natürlich auch eine Wickelauflage. Die hatte ich ja in dem letzten Video mal gezeigt, wo ihr gesagt habt, dass ich nicht streame mit großen und kleinen Giraffen drauf. Dann hat sie hier so einen Eimer für eigentlich Windeln. Aber sie hat gesagt, da kommt was anderes drin. Wäscher. Wäscherwinden. Mit diesem Windel-Eimer. Ja. Aber das stinkt. Also für Windeln will sie sich dann nochmal so ein extra Ding holen, was irgendwie nicht stinkt. Und hier soll dann Wäscherin kommen. Und da waren auch Zusätze mit drin. Die Dinger hier. So eine Schüssel, die kommen dann an Hemmnis, also an die Wickelauflage, an der Seite ran. Da können wir dann Windeln oder Tübchen und was weiß ich alle drin machen. Also für Josi hatte ich nur Feuchttücher genommen damals. Und wenn so wund war, Creme. Das kann man anhängen. Da kann man so waschlappen oder so noch anhängen. Das sind so wie Haken. Achso. Das sind so wie Haken. Ich denke aber eher das ist gedacht, dass du das an der Wand machen kannst. Und dann kannst du das anhängen. Kannst du machen wie du willst. Kannst du machen wie du willst. Okay. Schon wieder Ikea? Von Ikea für 9,99 Euro. So. Dann. Wo fangen wir denn jetzt an? Hier. Machen wir das. Dann haben wir uns geholt. Was ist das? Ein Flaschenwärmer. Ein Flaschenwärmer? Für? Für Flaschen. Keine Ahnung. Das war im Set mit drin. Ach, das war im Set mit drin. Ja, mit den anderen. Achso. Das war im Set. Mit den Flaschen. Mit diesen Fläschchen hier. Von Mamm. Von Mamm. Mamm, ja. Anticholik. Anticholik-Dings-Brumms. Da sind vier Flaschen drin. In vier verschiedenen Größen. Das könnt ihr hier sehen. Mit dem Nuckel. Und was hast du für das ganze Set bezahlt? Das ganze Set. Da ist auch noch eine Flaschenbürste mit dabei gewesen. 80 Euro. 80 Euro. Also für das alles und Flaschenbürste. Waren wir auch noch mit bei. Ich zeig euch mal eine so eine Nuckelflasche. Das ist jetzt so eine kleine. Und die kannst du hier unten abschrauben. Oh. Also hier ist dann offen. Dann ist hier so ein Gummi drin. Und dann sind die Löcher für Anticholik. Und dadurch zieht er Luft. Oder was macht der denn? Neulich entsteht nicht so ein Überdruck. Achso. Und hier unten sind dann halt so Löcher drin. Und dadurch entsteht nicht so ein Überdruck. Ich denke mal eher, dass das undicht sein wird. Und dass es dann rausläuft. Aber werden wir ja sehen. Ich hatte damals immer Nucke für Josy. Nucke war auch gut. Mamm kenne ich nicht. So. Dann hat Schatzi sich eine Mopspumpe geholt. Da kann man auch verschiedene Gesichter drauf machen. Da. Seht ihr das? Das ist eine elektrische Mopspumpe. Also sie hat es Mopspumpe genannt. Warum sie die geholt hat, ich habe keine Ahnung. In weiser Voraussicht, falls das Kind nicht an die Titte will oder so. Wegen Milchstau vorbeugen. Wegen was? Milchstau? Ja. Macht die denn Klumpen in drinne oder was? So wie bei verschimmelter Milch, dass sie Klumpen macht und nicht mehr durchgeht oder wie? Da kriegt man Fieber. Das entzündet sich alles da drinne. Milchgänge. Deswegen muss man abpumpen regelmäßig, wenn das Baby nicht genug trinkt. Und den Überschuss muss man loswerden, damit sich das nicht staut. Achso, wenn das Baby nicht genug trinkt, muss man das abpumpen. Dann wird es rot verstopft und dann kriegt es Fieber. Wusste ich nicht. Dann kam heute so eine riesen Nuckelflasche. Oh, da kannst du sie als Spardose nehmen. Oh, die können wir dann für das Kind immer hier, wenn wir einkaufen waren, immer 1-2 Euro reinschmeißen. Und wenn es voll ist, fahren wir weg. Da ist halt ein Weißring in Traubenform, eine Rassel in Schmetterlingsform, nochmal eine Rassel, die etwas lauter ist. Da kriegt das Kind ja einen Hörsturz. Nee, das kriegt das Kind ja einen Hörsturz. Da wird der taub. Da fängt das besser. Muss ja nicht alles geben. Dann nochmal ein Weißring in eine Erdbeere. Okay, für später eine Tröte. Nochmal ein Beißring. Wieso ist der doppelt und dreifach? Hier ist ein Beißring mit Quietsche und hier halt verschiedene Muster drauf. Wellenmuster, was weiß ich. Beim Zahn. Sie hat eine Mori über den Kühlschrank gekriegt und dann hat sie drauf rumgekaut und hat sich auf Gold. Der Beißring hatte ich nicht genommen. Ach, nochmal das gleiche, aber halt mit Hüsch und ohne Puste, Tröte. Das ist der Ring, wo du die Erdbeere und so drauf machen kannst. Achso, das ist der Ring, wo du... Und dann kannst du dich aussuchen, was das knabbert, oder was? Kannst du dich aussuchen. Ja, wie ein Schlüsselbund und groß. Warum ist hier noch Pappe drin? Achso, weg. Und hier nochmal was zum Drehen. Und Rassel. Sieht aus wie Katzenspielzeug. Oder Hundespielzeug. Ach hier, das ist ein Wurm, da kann man den drehen. Und hier kann man den auch drehen und dann ist es bunt und hier unten. Und hier gibt es auch zusätzlich noch Geräusche. Und der ist geil. Und ein Frosch. Kann man auch als Rassel benutzen. Oder halt drehen. Oder so drehen. Gut. Dann müssen wir alles wieder einpacken, damit das Ohr alle drin passt. Alles BPA-frei. Was? BPA und Schwarzstoff und Giftstoff. PP was? BPA und Giftstoff frei. Alles BPA und Giftstoff frei. Was ist BPA? Das ist so ein Weichmacher. Aha. Das ist so. Gut. Dann haben wir das. Dann habe ich geholt eine IP-Kamera. Ja, das ist. Sieht man hier nicht drauf. Das ist halt so eine IP-Kamera. Die ist über WLAN dran. Und da gibt es auch eine App dafür. Und dann kann ein Frauchen, das ist auch eine Alarmanlage. Und gleichzeitig als Baby, also stand jeweils in der Anzeige, bei Amazon habe ich das auch gekauft, dass man das als Babymonitor mitnehmen kann, weil da irgendwie ein Mikrofon drin ist. Und in der App ist ja auch automatisch, logischerweise, kann man das Mikrofon anschalten. Und dann kann man mit dem Kind reden. Oder wir hören das Kind und wir werden uns sicherheitshalber noch einen Babymonitor holen. Und, heißt das Babymonitor? Ja, Babyphone. Baby-Dingsda-Boomster. Und das ist halt mit Alarmfunktion und Nachtsicht und so, dass man abends auch rin gucken kann, ob alles im grünen Bereich ist, dass Fräuchen sich nicht so viel Sorgen machen muss. Und Fräuchen ist ja dann irgendwann wieder Arbeit nach einem Jahr. Dann kann sie gucken, ob ich regelmäßig Flasche gebe und Windel mache. Kann sie von unterwegs oder von der Arbeit aus gucken. Oh, schon wieder Windel voll. So, dann kann sie auch quatschen. Kann sie mit mir, ich bin da dann am machen und dann kann sie quatschen. Ey, du hast die Creme vergessen. Nimm nicht so viel Puder. Ne, Puder nehmen wir ja nicht. Mach die Windel vernünftig zu und so eine Schoten. Dann, das kam auch heute, das ist eine Babydecke, eine Kuscheldecke. Die packe ich lieber nicht aus, ich kriege die nie wieder da so rin. Und die hat halt verschiedene Farben und so und die kann man auch als Autositz, Kuscheldecke, für unten, wenn es hier spielt und so. Oh, das, das habe ich auch, das habe ich ausgesucht. Das ist mit einem Holzrahmen, da können wir ein Foto reinmachen und einen Gipsabdruck machen. Ich habe sowas schon mal gehabt, aber nur Gipsabdruck. Und hier ist ein Holzrahmen mit bei, das könnt ihr hier oben auch sehen. Ich hätte gerne zwei hier gehabt, aber hier haben wir halt nur eins geholt und mit Bienchen da oben drum, Trinksauer rum, dumm, dumm, machen wir bei Aldi beim Restpostenverkauf geholt, wa? Ja, bei Aldi beim Restpostenverkauf. Ich werde auch alle Links, wenn ich unten in die Videobeschreibung mache, ich werde versuchen, vergleichbare Produkte bei Amazon zu finden. Außer die, die wir natürlich bei Amazon mit dem Hund holt haben, wie die Mopspumpe und die Flaschen und das Spielzeug und so und die IP-Kamera. Hier, wie gesagt, könnt ihr dann verschiedene Gesichter haben. Was ist denn das überhaupt für ein weißes Ding? Da kommt die Milch, das ist der Motor, oder was? Das ist der Motor. Ach, das weiße Ding, das ist der Motor. Und da kann man verschiedene Augen aufmachen. So, weißt du noch, was wir dafür bezahlt haben? Das weiß ich nicht mehr, drei noch was. Drei noch was, wa? Ja, drei Euro noch was haben wir bezahlt. Dann haben wir noch was geholt, das habe ich gesehen und dachte, Mensch, das sieht ja cool aus. Für den Kinderwagen ist das so eine Tasche. Die kann man dann halt so, das ist mit Sterne, so Oldschool-mäßig. Und dann hast du hier halt auch nochmal was, um was zu befestigen dran. Und hier auch nochmal eine kleine Tasche. Und dann haben wir so wie so ein, wie heißt das Baby-Organizer? Kinderwagen-Organizer. Wo ist denn der? Oben. Oben. So einen Kinderwagen-Organizer haben wir schon, der ist aber noch oben. So, warte mal, ich hole mal das nächste zurück hier alle draus. Oh Gott. So, dann haben wir so Plastedinger für die Ecken, die haben wir bei Netto-Jolt, wa? Netto-Jolt, die für 99 Cent. Hier ist ja noch so der Sicherheitsaufkleber drauf. 99? Ja, 99 Cent haben wir dafür bezahlt. Dann ein Thermometer. Das haben wir geschenkt, die kriegt von Schwiegermutter, wa? Meiner Mutter. Von Schwiegermutter, von Schatzis Mutter. Dann hat Schatzi so ein Buch geholt, so ein Fotobuch. Wo man halt so verschiedene Fotos drin machen kann. Achso, da sind schon Ultraschallbilder drin. Und hier auch. Was hast du bezahlt? 5,99 bei Woolworth. 5,99 bei Woolworth. Und dann haben wir hier noch so eine Tasche mit Muttergans drauf. Und auf der anderen Seite ist auch Muttergans und da steht Baby-Care-Kit. Das war gratis, wa? Nee, das hat auch 20 Euro gekostet. 20 Euro. Das hat 20 Euro gekostet. Und da ist drinnen, da war mehr drinnen. Da ist noch so eine Ente mit bei, die ist aber schon oben im Kinderzimmer. Und das ist hier so ein Waschlappen. Und dann, ich mach mal am besten die Seite als erstes. Was ist denn für ein durchsichtiges Ding hier? Da ist so ein Fingerling drin, damit kann man das Zahnfleisch massieren. Da ist ein Fingerling drin, damit kann man das Zahnfleisch massieren. Dann haben wir hier eine Schere für Nägel. Die ist auch hier so abgerundet, die Schere. Damit man dem Kind nicht wehtut. Ein Knipser, ich werde den Knipser nehmen. Ich komme mit Schere nicht klar. Knipser, was ist das weiße Ding hier? Was ist welches? Achso, den Rotze-Aussauger, wa? Ja. Hatte ich bei Josy auch nicht. Und dann feilen. Feilchen. Feilchen, damit die nicht spitz sind, die Fingernägelchen. Und was ist das hier? Auch ein Beißring. Das ist auch ein Beißring, aber zum Kühlen, den kannst du in den Kühlschrank packen. Das ist ein Beißring, aber zum Kühlen, den kann man in den Kühlschrank packen. Und auf der anderen Seite haben wir hier oben noch einen Thermometer. Aber da kommt noch ein anderes dazu. Aber da kommt noch ein anderes dazu. Warum? Das ist für das Ohr oder für die Stirn, weil das ist für den Po. Achso, das ist für den Arsch. Mit flexibler Spitze. Mit flexibler Spitze. Und es kommt aber eine neue noch dazu, hat sie mir gerade eröffnet, wo man im Ohr oder auf der Stirn Fieber messen kann. So, und dann haben wir hier aber noch was. Eine Haarbürste. Eine Haarbürste. Sieht eher aus wie eine Fusselbürste. Das ist für Babyhaar. So flauschig? Für Flauung nach Erden. Auch für, um den Scharf abzumachen, nach dem Baden. Achso, um den Scharf abzumachen. Wieso hat der Scharf nach dem Baden? Nee. Das ist doch keine Schlange. Aber Milchscharf oder was? Ach, Milchscharf. Milch. Wie gesagt, wir haben noch diesen Baby-Organizer. Wenn ich euch oben mal einen Link unten rin backen. Und Haufen Sachen haben wir schon. Wir haben die auch schon sortiert. Also, Fräuchchen hat sie sortiert in verschiedene Größen. In 50, 56, 62, 68 und 68. Und welche, was hast du gesagt, haben wir zu wenig? 56. 56 haben wir zu wenig. Das müssen wir noch kaufen. Ich will noch so ein, habe ich in meiner Amazon-Wunschliste, so ein Mobile holen, wo oben Licht rauskommt. Dann habe ich noch so ein anderes Mobile drin, was wir eigentlich an die, hier an den Aufsatz machen wollten, was an Hemmnis rankommt. Also auf Hemmnis raufkommt. Aber das ist wohl die Mechanik, wie man das festmacht. Da muss man auch das Bimmelbammel, was oben dran ist, extra kurven. Und die Mechanik ist für Gitterstäbe gedacht. Da muss ich nochmal gucken. Und für das Bett wollte ich sowieso dieses Komplett-Ding für, was hatte ich dir gesagt, 30 Euro oder so, was? 30 Euro oder so kostet das Ding mit so Plüschbären in verschiedenen Outfits, als Biene und so was. Und dann kannst du oben auch Licht machen. Dann hast du oben einen Sternenhimmel an der Decke. Das will ich noch holen. Und was haben wir denn noch alles? Ach, eine Wärmelampe habe ich schon geholt. Die habe ich schon angebaut. Die habe ich bei Spock geholt. Und dazu... Und einen Stubenwagen habe ich geholt. Auch bei Spock. Also eigentlich habe ich nur den Stubenwagen geholt. Und da haben sie gesagt, ey, wir haben noch das. Hast du da auch noch Interesse dran? Sag ich, na wie teuer. Und war nicht teuer. Ich habe gesagt, na pack mal mit ein. Wärmelampe braucht man aber nicht. Aber es wird ein Winterbaby deswegen brauchen wir. Wärmelampe braucht man sonst nicht, sagt Schatzi. Aber weil es ein Winterbaby ist, braucht man die. Ich weiß nicht warum. Ich habe sie auch einfach nur mitgenommen, weil es billig war. Und weil Schatzi mal gesagt hat, dass wir so ein Wärmelampending brauchen. Und hat gesagt, naja, was haben wir. Was wir kriegen, wissen wir nicht. Ja, was haben wir denn noch? Bett haben wir noch nicht. Bett kommt noch. Da wollen wir so ein weißes, wahrscheinlich auch von Ikea holen. Was man dann halt von unten nach oben, also von oben nach unten machen kann. Was dann halt für die nächsten zwei, drei Jahre gut ist. Dann brauchen wir eine Matratze dafür. Schlafsäcke müssen wir noch holen. Ein Spielzeug haben wir jetzt. Dann noch eine Lampe für das Kinderzimmer, für oben, für die Decke, irgendwas Schönes. Und Deko. Und Deko. Für die Decke habe ich mir gedacht, so wie mit Wolken und Sonne oder Mond oder irgendwas Schönes. Müssen wir mal gucken. Wir müssen ja demnächst sowieso noch mal zu Ikea. Was wir da finden. Oder Amazon. Amazon hat immer tolle Sachen. Ein Fläschchen Sterilisator brauchen wir noch. Ein Fläschchen Sterilisator brauchen wir noch. Aber Klamotten haben wir. Also auch, wie heißt die? Molltücher? Molltücher haben wir auch. Molltücher haben wir. Zwei Pakete Windeln sind auch schon da. Dass es da ist, wenn das Kind kommt, sind noch fünf Monate hin. Aber Schatzi, musst du das unbedingt jetzt schon haben, damit es da ist. Fragt mich nicht warum, aber sie hat Hormone. Da diskutiere ich nicht. Ich sage einfach nur, ja, hast du recht. Das ist ganz wichtig. Das brauchen wir. Ja, sonst haben wir alles. Kuscheltücher. Ach, wir haben sie ja noch bei Kaufland, haben wir auch schon geholt, ein, wie heißt das Tuchdings da was? Schnuffeltuch. Schmuseduch. Das ist halt so ein Dreieckgetuch mit oben an dem Dreieck, halt ein Gesicht dran. Raschelt auch. Raschelt auch ein bisschen. Und die Ecken sind so wie Knötchen gemacht, damit man da dran rumknabbern kann und sabbern kann. Was haben wir noch geholt? Dich haben wir nicht geholt. Du bist schon da. Schuhchen haben wir schon geholt. Wenn es mal bei Kik oder weiß ich wo war, haben wir dann immer so ein bisschen was mitgenommen. Die ist ja wie wild am Einkaufen. Also von daher. Ja, sonst eigentlich nichts zu berichten weiter. Kinderwagen kommt noch. Kinderwagen kommt noch. Autoschale kommt noch. Die Autoschale auch noch. Das holt Schwiegermutter, hat sie gesagt. Das möchte sie gerne holen. Ich hoffe, es wird was coolet. Also ich kann Methoden, ich habe einen geilen, ich mache euch mal einen Link runter, ich habe einen geilen Kinderwagen gefunden. Mit einem Komplettset mit Autoschale. Buggy kann man draus machen. Wickeltasche. Ah, Wickeltasche haben wir auch noch nicht. Ja, die kommt mit dazu zum Kinderwagen. Ah, die kommt mit dazu zum Kinderwagen, okay. Heiko, geile Wickeltasche mit Totenköppen hiervon. Und bei dem Kinderwagen mit Totenköppen, da ist auch eine Wickeltasche mit bei. Richtig geil, wollte ich holen. 379 Euro kostet das Komplettset. Ja, jetzt will Schwiegermutter das holen. Also es hat sie nochmal um die Totenköppe drum rumgekommen. Leider. Sie freut sich. Ich mich nicht. Und dann habe ich aber so einen geilen Nuckel gefunden. Schwarz mit einem Totenkopf drauf. Da bin ich noch am Verhandeln. Und ich habe auch so ein Body gefunden mit einem Totenkopf drauf. Von Babyrocks. Sah auch geil aus. Da sind wir noch am Verhandeln. Auch mit, wenn es denn was größer ist mit T-Shirts. Und sie will bunt. Ich will halt auch mein Totenkopf-T-Shirt oder so. Da sind wir noch am Verhandeln. Wenn der Totenkopf niedlich ist, ist er jetzt schon drauf eingegangen. Darf es sein, aber ein bunter T-Shirt. Ich bin aber noch am Verhandeln, dass es auch ein schwarzer T-Shirt sein darf. Da sind die letzten Worte noch nicht gesprochen. Vielleicht ist es im Winter okay. Vielleicht ist es im Winter okay. Ja, weil es man sich nicht drunter sieht, weil es einen Pullover anhat. Ganz toll. Weil im Sommer schwarz. Es wird ja warm werden. Ja, du bist dann irgendwann nach einem Jahr, bis du arbeiten, dann bin ich mit dem Kind auf dem Spielplatz. Und dann ziehe ich die so an, was ich anziehen will. Aber da hat sie ja die IP-Kamera, da kann sie ja angucken. Nicht den Kunden, kommt die schon. Aus damit. Bunt. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts weiter zu berichten. Frauenarzt waren wir jetzt. Kann ich auch mal am Rande erzählen. Mein Kind hat mir zugewunken. Aber wolltest du doch zeigen mit Handy. Ich weiß nicht, ob ich das hier so gut filmen kann. Ob das Handy drauf ist, kann ich euch ja mal zeigen. So als Gimmick am Rande. So. Das Koffer, das kann man vernünftig sehen. Da winkt mein Kind mir zu. Und ihr müsst mal ganz am Ende aufpassen. Gleich. Wenn er den Finger zeigt. Moment. Gleich, gleich, gleich. Da kommt er nach. Ich sage immer er, aber es ist noch nicht sichtbar, was es ist. Hat sich ja geweigert. Weil die Nabelschnur war dazwischen. Und da konnte man nicht sehen, männlich oder weiblich. Da. Mach Pause. Da. Da müsst ihr mal gucken. Die zwei Finger. Seht ihr das? Doch, das sieht man. Guckt ihr das an. Ja. Das hat zwei Finger. Ja. Weißt du, was das ist? Nee. Mein Kind macht so. Macht die Pommesgabel. Mein Kind weiß, dass ich zugucke und macht so. So macht es. Eindeutig. Kommt Jens nach Papa. Beim letzten Ultraschall, da war ich nicht mit bei. Nee, beim ersten, nee, beim zweiten, beim letzten wart. Da war zum Beispiel so, da hat es so da gelegen. Also mit dem Arm so und mit dem Arm hinterm Kopf. Da habe ich gleich gesagt, so liege ich auch immer da. Also, egal ob Junge oder Mädchen, ich will schon, das kommt nach mir. Bewegt sich auch nicht viel im Bauch. Bewegt sich auch nicht viel. Was? Was soll denn das? Bewegt sich auch nicht viel. Schlägt keine Purzelbäume. Schlägt keine Purzelbäume. Bis zu sagen, ich bin faul und liege nur. Ich bewege mich die ganze Zeit. Vom PC zum Klo und wieder zurück. Und zum Kühlschrank. Und zum Kühlschrank. Logisch. Um trinken zu holen. So. Das soll jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt zu irgendwas davon, in die Kommentare posten. Wenn ihr noch sagt, Mensch, dir fehlt doch noch das und das. An das, was wir jetzt gar nicht gedacht haben. Tipps sind immer gut. Für jeden Tipp sind wir sehr, 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 sehr dankbar. Weil es kann ja sein, dass wir wieder an irgendwas nicht gedacht haben. Ihr wisst, das kann in der Eile immer mal passieren. Also Tipps immer dankbar. Oder wenn ihr sagt hier, Mann, das ist gut, aber holt euch noch das Thermometer. Oder hier Nuckelflaschen Mamm sind zwar für den Anfang gut. Holt euch aber lieber noch die von Nuk oder Baby Born. Macht mir Baby Born, ist eine Puppe, wa? Ja, ihr wisst, was ich meine. Holt euch die. Die sind halt gut. Oder Nuckel. Wenn ihr Nuckel wollt, die und die Firma ist am besten. Die macht das und so. Und da sind wir für jeden Rat sind wir herzlich dankbar. So, aber nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Verhässt nicht, die Bindeglöcke zu drücken. Da kommt ja auch irgendwo so ein Infoding ab und zu durchgeflutscht. Hier habe ich ja heute alles gebaut. Ich bin dann jetzt mal weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi. Sagt euer Odin. Däumchen, 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 Däumchen. Däumchen, Däumchen, Däumchen.